Willkommen bei Train Simworld, einer immersiven und hochdetaillierten Eisenbahn-Simulation mit authentischen Strecken und Zügen aus aller Welt. Sie haben Aktionspunkte erhalten. Diese werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt und zu ihrer Gesamterfahrung hinzugezählt. Man muss stetig auf die umgebende Welt achten. Üben Sie, indem Sie nach oben, unten, links und rechts schauen. Dies ist eine von vielen Nebenaufgaben, aber nicht alle sind so leicht zu entdecken. Sie werden viel Zeit mit Fahren verbringen. Setzen Sie sich also auf den Lokführersitz, wenn Sie bereit sind. Sie können das Erlebnis jederzeit anhalten, um Ihre vorherigen und derzeitigen Ziele anzusehen. Überprüfen Sie sie jetzt und kehren Sie zum Spiel zurück, sobald Sie fertig sind. Eine Blickfeldanzeige ist jetzt rechts auf dem Bildschirm. Diese zeigt an, was der Zug macht. Dies ist die Geschwindigkeitsanzeige. Die weiße Nadel zeigt ihre derzeitige Geschwindigkeit. Die rote Markierung zeigt die derzeit erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Dies ist die Richtungswendeanzeige. Ein Pfeil zeigt Ihnen die Stellungen vorwärts, rückwärts und neutral an. Dies ist die Leistungsanzeige. Eine Zahl zeigt die Position des Leistungsreglers an. Dies sind die Bremsindikatoren. Sie zeigen den Zustand der verschiedenen Bremssysteme an und ermöglichen deren unabhängige Steuerung. Oben rechts sind die Signal- und die erlaubte Geschwindigkeitsanzeige. Diese zeigen an, was sich nähert und eine Countdown-Distanz, ab wann es in Effekt treten wird. Einige dieser Anzeigen können im Einstellungsmenü ausgeschaltet werden, wenn Sie eine größere Herausforderung wählen möchten. Dieser Zug ist bereit zur Abfahrt. Ziehen Sie den markierten Hebel zu sich, um loszufahren. In Trains im World verläuft die Haarlem-Line über 24 Meilen vom Grand Central Terminal und bringt Pendler nach Norden durch das berühmte Viertel Haarlem zum Handelszentrum White Plains in Westchester. Die Haarlem-Line über 24 Meilen vom Grand Central Terminal Die Haarlem-Line über 24 Meilen vom Grand Central Terminal Trains im World bietet Ihnen bei der Fahrt eine Auswahl an verschiedenen Kameraansichten. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während wir diesen Zug erkunden. Die Haarlem-Line über 24 Meilen vom Grand Central Terminal Sie haben hier nur ein kleines Gebiet gesehen. Schauen wir, was es sonst noch zu entdecken gibt. Willkommen bei der Haarlem-Line in einer der berühmtesten Städte der Welt, New York. Hier können Sie einen belebten Korridor im Herzen von Manhattan erleben. Bringen Sie Pendler in und aus dem berühmten Grand Central Terminal, befördern Sie sie über die dicht gedrängte Park Avenue, über den Haarlem River und in die Vororte von New York. Auf der Route können Sie Streckenkarten platzieren, Poster anbringen, Feuerlöscher ersetzen und Recyclingmaterial wegräumen. Fahren Sie mit altbewährten oder modernen Zügen durch die Stadt, die niemals schläft. Dies ist TrainSimWorld, Haarlem-Line, Grand Central Terminal, North White Plains.